Ist Herzogin Ulrike für den Tod unseres Onkels Graf Albero verantwortlich? Offiziell nicht, aber der Verdacht besteht. Es wäre nur logisch, die Fraktion von unserem anderen Onkel Graf Udalschalk im Keim zu ersticken. Ja, da wir uns aber nicht sicher sein können, die Neugierde aber da ist, werden wir, denke ich, da mal so ein bisschen Nachforschungen anstellen und unseren Ratsspitzel zu Herzogin Ulrike schicken. Wir selbst sind natürlich auch recht talentiert, sodass wir uns da vielleicht sogar selber so ein bisschen auf den Weg begeben, unsere Strippen ziehen, unsere Agenten losschicken. Wir sind ja hinterhältig und diesbezüglich auch sehr begabt. Mal sehen, ob wir da irgendwas herausbekommen. Sollte sich dieser Verdacht bewahrheiten, dann können wir das natürlich auf keinen Fall dulden und dann würden wir tatsächlich unseren Onkel Graf Udalschalk unterstützen bei der Rebellion gegen Herzogin Ulrike. Sollte sich diesbezüglich aber nichts ergeben, ja dann halten wir zuerst die Beine still und werden wie gewohnt abwarten, so deprimierend wie das auch sein mag. Aber ganz ehrlich, das ist schon wirklich ein starker Verdacht. Und Herzogin Ulrike ist ja selbst nicht besonders hinterhältig, aber arrogant. Also ich denke schon, dass sie denkt, dass sie hier nun mal die rechtmäßige Herrscherin ist und dass jeder, der sich auch nur anmaßt, irgendwie ihre Position in Frage zu stellen, auf jeden Fall ein Problem darstellt. So, aber jetzt bin ich mal gespannt. Das kann ja auch nicht allzu lange dauern, das herauszufinden. Wir schicken unsere Agenten sofort los. Und dann werden wir direkt mal zum Rad schauen. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass wir hier unsere Radspitze, den Sibylle, anweisen. Und wenn wir jetzt schon mal unseren Rat hier vor Augen haben, da wollten wir ja noch ein bisschen was ändern. Also bevor wir jetzt hier sie losschicken, gucken wir mal, ob wir derweil nicht sogar noch eine bessere Kandidatin oder einen besseren Kandidaten haben. Beim Ratsmarschall war das ja so eine Geschichte. Da haben wir ja jetzt mittlerweile hier recht talentierte Leute am Hof. Und zwar einmal Hans von Veni, der hat einen 17er Wert und Erfolgmar, ein 15er Kriegsführungswert. Den finden wir natürlich hier eigentlich recht sympathisch, weil er auch ein religiöser Eiferer ist. Aber schaut mal, was der noch für Eigenschaften hat. Er gilt als sadistisch und lüstern und das ist nun mal sündhaft, sodass sich das hier vielleicht so ein bisschen aufhebt. Der Hans ist ein bisschen jünger, zornig, stur und ehrlich. Ein einziges Mal aus dem er hat, ist, dass er ein Käucher ist, aber er ist ja der Befehlshaber. Von daher, ich denke, wir werden ihm mal zuweisen, er ist auch der kompetenteste Mann. Dann werden wir ihn hier einmal reinbringen. Das erfreut hier natürlich Wolfgang nicht sonderlich. So, kann aber natürlich sein, dass wir hier noch einen anderen Kandidaten finden, ja. Oder das, ich habe jetzt nicht drauf geschaut, dass der vielleicht für einen anderen Posten sogar noch geeignet wäre. Sieht aber nicht so aus. Hier sieht man es ja, 8er Diplomatiewert, 9er Ränkespielwert ist nicht so besonders. Okay, also, Ratskanzler. Wer wäre da noch gut geeignet? Niemand anderes sonst. Denn Bürgermeister Verigant ist eigentlich hier der beste Ratsverwalter, glaube ich. Wir gucken auch hier nochmal rein. Wie sieht es da aus? Ne, Adalbero ist tatsächlich noch ein bisschen besser. Dann könnten wir die ja austauschen. Hm, aber ich weiß nicht, ob wir das so unbedingt machen sollten. Jetzt der eine Punkt hin oder her. Weil er hat jetzt hier, Moment, jetzt schauen wir nochmal. Den 10er Wert. Ne, das lohnt sich jetzt nicht. Ich brauche schon so einen kleinen Anlass, die auszutauschen, ja. Weil hier Hans ist zum Beispiel ja wesentlich besser als den Vorgänger. Und hier einfach nur wegen einem Punkt auszutauschen, finde ich jetzt nicht so toll. Okay, jetzt gucken wir mal hier. Oh, da haben wir überhaupt gar keine talentierten Leute. Da ist sie wirklich schon die beste Kandidatin. Und dann werden wir jetzt mal Geheimnisse aufspüren. Und das Ganze muss in Augsburg geschehen. Ich glaube hier direkt, ja. Ich glaube, es ist egal, ob wir jetzt hier die Stadt auswählen oder hier oben. Und jetzt gucke ich mal sicherheitshalber noch, dass sie sich auch genau hier auffällt. Ja, genau. Also hier müssen wir unsere Nachforschungen anstellen. Da bin ich mir manchmal immer nicht so richtig sicher, wo man da sucht, ja. Weil wenn unser Onkel ermordet wurde, dann ist das ja nicht hier geschehen. Aber sie ist die Täterin. Dort würde man wahrscheinlich nach Hinweisen suchen. Wir können ja nochmal reinschauen. Ich hatte schon ganz vergessen, was der eigentliche Grund war, was da angegeben worden ist. Warum er gestorben ist. Hier hatten wir ja Meginhardt und hier bei den Brüdern müsste er jetzt hier eigentlich erscheinen. So, da haben wir es. Und der Grund war offiziell, er geißelte sich zu Tode. Ja, er war auf jeden Fall hier reuevoll. Da kann das schon mal passieren. Aber trotzdem, mit 51 sich zu Tode geißeln. Ähm, ist nicht so ganz klar, ja. Gut, okay. Also, das kann jetzt eigentlich hier so bleiben. Wir lassen die Zeit jetzt einfach mal hier weiterlaufen. Gucken nochmal. Oh, wir können jetzt hier eine Geisel anbieten. Gräfin Tuta. Das hatte ich ja voriges Mal schon so ein bisschen angesprochen. Aber ich hatte es jetzt noch nie als Vorschlag. Wir lesen uns das jetzt einfach hier mal durch. Gräfin Tuta von Burgau würde euer Angebot einer Geisel tatsächlich annehmen. Und Geiseln können Bedrohungen abschrecken oder beseitigen, sodass ihr euch anderen Dingen widmen könnt. Des Weiteren gewähren sie dem Werter monatlich Prestige. Ja, weiß ich nicht. Möchte ich jetzt eigentlich gar nicht mal unbedingt machen. Wir klicken trotzdem mal hier drauf. Clara von Kempten könnten wir ihr anbieten. Ich meine, das würden wir ja sowieso nicht machen. Ich finde es nur interessant, wer hier tatsächlich zur Auswahl steht. Also es muss tatsächlich hier wohl ein wichtigerer Charakter sein. Wir können jetzt nicht irgendeinen Gast hinschicken als Geisel, so wie es aussieht. Wir werden das aber hier mal ausblenden. So, und jetzt eure Cousine Gräfin Tuta und ihr könnt ein Bündnis aushandeln. Auch da hatten wir gesagt, das lassen wir erstmal. Und hier haben wir noch Vierter in der Abfolge. Okay, alles klar. So, Finanzen sehen okay aus. Wir haben ein bisschen Gold auf der hohen Kante. Und die Einnahmen sind aber recht mau. Ich meine, für eine Grafschaft ist das schon gar nicht so schlecht. Aber nichts, womit jetzt irgendwie große Sprünge möglich wären. So, und hier sehen wir, das geht also wirklich rasch voran. Wenn wir mal hier an den Rad schauen, in drei Monaten sollten wir eventuell schon etwas rausfinden. Wir müssen aber wahrscheinlich öfter suchen, weil da findet man natürlich alles Mögliche raus. Und uns interessiert natürlich hauptsächlich, was unsere Lehnsherrin und Cousine so treibt. So, Herzogin Ulrike teilt jetzt die Macht mit Regelinde. Ah, mit ihrer Mutter. Okay, also wir hatten ja schon mal so ein bisschen vermutet, dass Ulrike die Frauen etwas anders bewertet als die Männer. Also sie selbst ist ja auch arrogant und dass sie hier dieses Amt vorübergehend keinem Mann überlässt, das spricht natürlich auch Bände. Wir hatten ja auch gesehen, dass sie unsere Tochter eigentlich als Mündel gerne hätte und eigentlich auf die Machtübernahme in Kempten vorbereiten möchte. Und wir wollen natürlich einen Sohn zeugen und der soll das Ganze übernehmen. Und dadurch, dass, wenn sie denn Albero ermordet hat, ja, ist ja auch die Grafschaft von Albero an eine Frau übergegangen. Also sie hat da vielleicht irgendeine merkwürdige Agenda. So, und was ist jetzt hier noch geschehen? Moment. Mehrere Ereignisse auf einmal. Also hier erstmal, Patzer führt zu Anspruch. Ihr habt einen fallengelassenen Anspruch auf die Grafschaft von Burgau erhalten. Okay, Gebhard hat offiziell euren Anspruch anerkannt. Das ist der Ratskanzler von Gräfin Tutar. So, jetzt muss ich nochmal genau schauen. Also Burgau. Das ist doch aber hier die Grafschaft von Graf Albero. Ja, genau. Das heißt, hier könnten wir, mit ihr könnten wir uns tatsächlich darum streiten, ob das jetzt nicht doch hier uns zusteht. Wäre eine Möglichkeit. Aber, ich denke, wir verstehen uns zu gut mit ihr. Wir haben jetzt kein großes Feind, wir sehen kein großes Feindbild in ihr. Ja, sie ist eine Frau. Aber so schlimm ist das, glaube ich, für uns nicht. Da müsste schon irgendwas, müsste man schon noch irgendwas erleben, was sie irgendwie in einem schlechten Licht dastehen lässt. Weil, erinnert euch dran, wir sind demütig, ja? Es ist allgemein bekannt, wie sehr Höflinge Intrigen und Komplotte lieben. Dies könnte ich zu meinem Vorteil nutzen. Wenn ich dafür sorge, dass meine Höflinge einander misstrauen und untereinander zanken, fehlen ihnen Zeit und Ressourcen gegen mich zu intrigieren. Ja, wir sind hinterhältiger Charakter, aber würden wir das so nutzen, dieses Mittel hier, um unsere Macht zu festigen, bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich werde sofort damit beginnen, Gerüchte in die Welt zu setzen. Wäre eine Möglichkeit. Volkmar, Hans und Sibylle verlieren wechselseitig an 40 Meinungen. Ich meine, das sorgt natürlich auch für eine schlechte Stimmung untereinander. Das kann ja auch nicht sonderlich förderlich sein. Oder, solange ich ein paar Spione unter ihnen platziere, kann mir nichts zustoßen. Komplottwiderstand für feindselige Komplotte plus 8. Ja, ich denke, das würden wir eher machen. Wir wollen schon gut informiert sein, ja? Das deckt sich ja auch so ein bisschen mit der Geschichte, dass wir jetzt hier den Hof unserer Lehnsherren ausspionieren. So, und man muss auch sehen, wir haben hier etwas mehr Soldaten als Burgau. Das heißt, so einen Konflikt könnten wir tatsächlich für uns entscheiden, ja? Aber nicht, wenn da nicht wirklich eine Bedrohung da ist. Okay, eine Erinnerung aufzeichnen. Manche Augenblicke müssen für immer festgehalten werden. Ein solcher Augenblick war auch der folgende. Meine Freundin Milian, Herzogin Milian, ah, stimmt, die haben wir noch gar nicht so richtig doll beleuchtet. Auch seine Cousine und Freundin und Inga haben eine Überraschungsgeburtstagsfeier für mich organisiert. So eine unglaubliche Erinnerung muss auf immer und ewig verzeichnet bleiben. Oh, das hat ihm sichtlich gefallen, dass er jetzt noch immer drüber nachdenkt. Ich mag nicht sehr geschickt mit Worten sein, doch mit genügend Zeit und Mühe könnte ich gewiss auch selbst etwas schreiben. Diese Zusammenstellung und Illustrierung eines Folianten kann aber rasch zu einem kostspieligen Unterfangen werden. Ah, fängt so ein bisschen von seiner Bildung ab. Also, ich werde es selbst festhalten, so Gott will. Und das kostet hier 50 Gold. Und ihr erhaltet eine Erinnerung, beziehungsweise ein Inga-Artefakt. Oder ihr erhält eine Erinnerung an Inga-Artefakt. Nicht, dass wir hier ein Artefakt bekommen und das geben wir dann Inga. Oder hierfür ist keine Zeit. Hm. Die Frage, wie sehr ihn das umtreibt. Ich würde eigentlich sagen, nein. Und er sollte auch seine Finanzen hier im Blick behalten. Andererseits hat er ein bisschen Gold auf der hohen Kante. Wir würfeln es mal aus. Ich persönlich hoffe ja, dass er sich dagegen entscheidet. Und wir würfeln eine 4. Ja, und er sagt tatsächlich, hierfür ist keine Zeit. Dafür können wir unsere Kostbarier und langwierig angespartes Gold nicht rausschmeißen. Und ich denke, das ist ganz vernünftig so. Neue Ansprüche von allen Possen, die ich schon erlebt habe. Das geistlose Bemühen von Ulrich, meine Beziehungen zu meinem Nachbarn zu verbessern, hat meinen nichtsnutzigen Ratskanzler dazu verleitet, den Anspruch von Gräfin Dorothea auf die Grafschaft von Kempten offiziell anzuerkennen. Ja, das ist natürlich ein Problem. Weil, 564 Mann, sadistisch, arrogant und tapfer, das stellt durchaus eine Gefahr dar. Hm. Wir brauchen hier Bündnispartner. Wenn die jetzt sich entscheiden sollten, hier Kämpfen zu erobern, wer ist denn hier die Lehnsherrin? Herzogin Carlotte, die Versucherin von Schwaben. Schauen wir doch mal rein. 2262 Mann. Okay. Und Lehnsherr hier, König Philipp der Starke. Ja, wobei, wenn die jetzt hier einfallen, dann ist das ja letztendlich ein Krieg zwischen dem Ostfrankenreich und Bayern, oder etwa nicht? Ihr sollt mir ja Freunde verschaffen und keine Feinde. Das heißt, ähm, das wird jetzt wahrscheinlich nicht einfach so ausbrechen, so im Krieg. So, hier haben wir 4.350 Mann. 4.000 Mann, okay. Wenn die wieder bei voller Stärke sind, dann sind die mehr oder minder hier ebenbürtig. Haben die nicht sogar miteinander ein Bündnis? Es sieht aber nicht danach aus. Okay, also hier müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Und die einzige Möglichkeit, hier stärker zu werden und wehrhafter zu werden, ist eigentlich hier über eine Verlose. Wir können ja mal schauen, ob da mittlerweile irgendwas anderes möglich wäre. Oh, das ist hier aber eine starke Grafschaft. Misko Zabracki. Okay. Die sind ja zumindest katholisch. Polen. Oder Graf Geoffroy von Amiens. 851 Mann. Der aber jetzt hier 49 ist, das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig. Wen haben wir denn hier noch? Die Grafschaft von Neapel. Auch gar nicht so schlecht. Moment, wir gucken direkt mal hin, wo sich die befindet. Hier. Weil die sollten sich natürlich idealerweise, wenn wir sie als Verbündete benötigen, dass sie hier schnell aushelfen können, auch in unserer Nähe befinden. Ja, das ist immer so ein Problem, wenn das nicht der Fall ist. Okay, die müssen hier durch Bayern halt einen Großteil durchmarschieren, um uns zur Hilfe zu eilen. Und die befinden sich hier im Westfrankenreich ganz weit drüben. Also ganz ehrlich, ich finde das gar nicht so schlecht. Und eventuell hier mit dieser Grafschaft ein Bündnis abzuschließen. Er hat überhaupt gar keinen Lehnsherrn, kann das sein. Ist ja hier ein ganz eigenständiger Graf. Ist natürlich auch so eine Sache. Was passiert, wenn hier irgendwelche Überfälle stattfinden? Andererseits sichert das unsere Position ganz schön ab, ja. 1000 Mann hier als Verbündeten. Ich glaube, wir nutzen hier diese Möglichkeit. Was haben wir hier noch? Ein zweijähriger Franzose. Die Grafschaft von Chart. 725 Mann. Das würde vom Alter natürlich vielleicht ein bisschen besser passen. Oh, das ist auch ein religiöser Eiferer hier. Der Vater, so wie es aussieht, oder? Das ist doch jeder Sohn. Enkel von König Karloman. Oh. Ja, das gibt auch ordentlich Prestige hier dann, ne? Aber bemerkenswert würden die hier überhaupt eine Verbindung eingehen. Ja, die werden militärisch ein bisschen schwächer. Ja, okay. Die sind jetzt auch nicht so nah dran. Aber ich denke, von der Kultur sind wir da vielleicht noch ein bisschen näher dran. Und diese Situation hier, die ist ein bisschen instabil. Fürchte ich jetzt mal. Okay. Ja, und vom Alter, wie gesagt, passt mir das auch ein bisschen mehr. Dann geben wir vielleicht dieses Bündnis hier ein. Wir können ja noch mal schauen. Den ist ja hier Herzog Fabrice vom Anjou. Wir gucken ihn noch mal an. Das ist ein Zwilling. Okay, ich denke, wir gehen dieses Bündnis hier mal ein. Wenn die annehmen, ja ganz knapp sogar. Und es sollte hier wirklich viel Prestige geben. Das ist natürlich auch noch was, was hier rein zählt. In so eine prestigeträchtige Dynastie hier einzuheiraten. Das ist natürlich schon ordentlich. Jetzt stehen wir natürlich hier wieder vor der Wahl. Es ist unsere einzige Tochter. Und Spielererben. Bedeutet wieder, wir sollten normalerweise hier natürlich eine matrilineare Heirat eingehen. Aber ich meine, es ist ja wirklich noch sehr früh. 29, unser erstes Kind. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir noch einen Sohn zeugen können. Und man sieht ja auch, dass die Heirat hier sonst gar nicht möglich ist. Da müssen wir jetzt eine viel schlechtere Verbindung eingehen. Und ich finde das eigentlich eine ganz gute Partie. Gut, dann werden wir hier einfach mal diesen Vorschlag abschicken. Und hoffen, dass das Abschreckung genug ist, dass Ravensburg hier nicht in Kempten einfällt. Und dadurch, dass wir hier natürlich recht viel Prestige haben, sollte sich herausstellen, dass unsere Lehnsherren da ihre Verwandtschaft niedermetzelt. Und wir uns erheben müssen. Dann haben wir auch einen sehr schönen Bündnispartner. So allzu gern nehme ich das vorgeschlagene Verlöbnis an. Eure Tochter und Erwin Clara und mein Sohn Hamelin oder Westfranken, Hamelin, verloben sich. Ausgezeichnet. Also ein sehr schönes Bündnis. Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, ob wir da überhaupt noch eine passende Partie finden. So, und bei meiner Tätigkeit am Hof von Herzog und Ulrike konnte ich keine Geheimnisse entdecken, die ihr Schwiegeronkel Eranetien haben könnte. Allerdings müssen wir uns nicht zwangsläufig davon aufhalten lassen. Ja, es gibt keinen Grund, warum wir nicht stattdessen Freunde sein könnten. Nee, wir wollen hier kein starkes Druckmittel kreieren, sondern lassen ihn ja einfach wissen, wie leicht es für uns wäre, ein Feind zu sein. Okay, dann soll sie aber mal weitersuchen. Da sind wir jetzt durchaus hartnäckig, hätte ich gesagt. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, jetzt gucken wir hier oben nochmal rein, ihr könnt Gräfin Tutta von Burgau den Krieg erklären. Ja, machen wir jetzt natürlich nicht. Aber, was natürlich interessant ist, wir schauen hier mal rein, ob sie hier irgendein Bündnis noch eingeht. Wir wissen ja von ihr, dass sie zumindest in dieser Fraktion mit drin ist. Mal gucken, ob sie auch drin bleibt. Mhm, ist sie auch befreundet eventuell hier mit Graf Udalschalk? Nein, Zentul de Foix ist ihr Freund und der Rivale hier ist Bernhard von Chili. Ja, das sagt uns hier natürlich erstmal gar nichts. Von daher lassen wir jetzt ja einfach mal weiterlaufen. Hier gibt es immer noch ein paar Kampfhandlungen im Königreich von Böhmen. Wir können aber mal schauen, das scheinen hier immer nur interne Angelegenheiten zu sein, weil Böhmen befindet sich hier nicht im Krieg. Und hier haben wir immer noch die Eroberung ganz weit im Osten. Da können wir vielleicht, ja, ist schon wieder vorbei. In Transkarpazien. Okay, so, Gräfin inspiriert Rekrutierung. Grafstaff von Käpt'n hat konzentrierte Anwerbungen erhalten. Aufgeburtsgröße plus 25%. Ja, gut. Ist jetzt auch nicht so atemberaubend, aber unsere Frau ist hier durchaus tätig. Versucht uns auszuhelfen, wo es auch geht. Schön wäre natürlich, wenn sie mal wieder schwanger werden würde. Und daher, wir wollen uns ja immer noch auf diese Pilgerreise aufmachen, aber gern soll zuerst ein Sohn daher. So, Cousine ist im Kerker. Was, wieso, weshalb? Herzog Lampert hat Gräfin Gisela eingekerkert. Ja, eine Herzogin von Nordgau. Gisela von Leuchtenberg. Ja, da werden wir uns jetzt hier nicht groß einmischen, hätte ich gesagt. Und es wurde noch ein Geheimnis offenbart. Ihr erfuhrt vom Geheimnis von Regelinde-Europathien. Ja, die hat natürlich ja einige Geheimnisse. Das ist ja die Mutter hier von Herzogin Ulrike. Und da wissen wir ja schon, dass sie ungläubig ist. Und dann hat sie auch noch eine Affäre. Ist die Frage, decken wir das hier irgendwie besonders auf oder eben nicht? Ich meine, dadurch, dass wir wissen, dass sie ungläubig ist, haben wir natürlich keine hohe Meinung von ihr. Das heißt, wir könnten, oh, wir könnten sie auch versuchen, hier zu erpressen. Dann würden wir da ein starkes Druckmittel erhalten. Aber erpressen, starkes Druckmittel am Hofe unserer Lehnsherren zu haben, ist natürlich auch nicht schlecht, ja. Was haben wir noch für Optionen? Verführung, Liebesdinge? Nee, natürlich nicht. Oh, Regentenstürzen geht auch noch. Wir können aber hier Geheimnis aufdecken. Man muss aber mal darstellen, dass unsere Meinung von unserer Lehnsherren nicht allzu groß mehr ist. Denn sie weiß davon, dass ihre Mutter eine Ungläubige ist. Das haben wir ihr berichtet. Und trotzdem hat sie sie als Regentin beauftragt. Und das ist schon, ja, das ist schon nicht so toll. Ja, hier sieht man auch, minus 31. Ich denke, das sieht sogar noch etwas schlimmer aus. Wir können versuchen, sie zu erpressen. Starkes Druckmittel ist, denke ich, ganz gut. Wir machen das mal. Vielleicht versuchen wir ja über sie ein bisschen was herauszufinden am Hofe unserer Lehnsherren. Kann ich mir zumindest ganz gut vorstellen. Ja, jetzt haben wir hier das starke Druckmittel. Die Frage ist, können wir hier noch irgendwas mit anfangen, jetzt wo wir es haben? Nicht wirklich. Okay. So, Clara gelingt erstmals etwas, gelingt erstmals etwas zahnen. Ja, ein bisschen merkwürdig ausgedrückt. Mit meiner Erlaubnis halten meine Tochter Clara und ihre Amme Einzug in mein Gemach. Ida stellt sich wie ein Hofherold auf und verkündet Lehnsherr, ihr werdet Zeuge eines monumentalen Ereignisses. Clara hat ein mächtiges Geschenk für euch. Sie stupst Clara nach vorn. Nur zu, Clara, sagt es ihm. Vater, ich habe gerade ein Zahn verloren. Clara präsentiert mit Stolz ein zahnloses Lächeln übel und erreicht mir einen kleinen Beutel mit dem ausgefallenen Zahn darin. Mit zwei ein Zahn verloren. Hm, ich weiß ja nicht. Herrlich, aber behaltet lieber euren Zahn, könnten wir jetzt sagen, als Glücksbringer. Das gibt ein bisschen Prestige. Und Clara selbst wird der Eigentümer vom Milchzahn. Kindermeinung plus 10, okay. Oder hier ein Geschenk verlangt nach einem Geschenk. Wir bezahlen 5 Gold an Clara und wir werden Eigentümer von diesem Milchzahn. Oder dafür habe ich keine Zeit. Nö, schon. Ähm, was machen wir denn? Hm, wir sind demütig, nehmen das entgegen. Würden wir aber das zurückweisen? Nee, wir finden das Herz allerliebst und überreichen ihr auch noch ein bisschen Gold. Das passt schon. So, und jetzt haben wir diesen Zahn. Den werden wir natürlich auch immer mit uns führen. Ja, gibt ein bisschen Prestige. Kinder können uns gut leiden. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Bezieht sich das nur auf eigene Kinder oder auf Kinder generell? Das ist ja auch noch so eine Sache. Gut, das hier ist immer noch das übliche Ereignis. So, und dann werden wir mal ein bisschen beschleunigen hier. Und weiter werden Befehlshaber verbessert. Ist natürlich auch recht gut. Das wird jetzt hoffentlich auch öfter stattfinden. Einfach, weil unser Ratsmarschall jetzt natürlich wesentlich fähiger ist. So, jetzt haben wir hier ein neues Ereignis. Bei der Erfüllung ihrer Pflichten als Ratspitze ist Sibylle auf ein Geheimnis gestoßen, das Bürgermeister Hunfried von Kaufbeuren hat. Er scheint insgesamt Zweifel an den katholischen Doktrinen zu haben, oh Hunfried. Was sollen denn nur die Priester sagen? Bürgermeister Hunfried von Kaufbeuren. Ein Mitwassal. Also, wo befindet sich der? Ah, hier. Okay. Ich meine, das ist uns natürlich auch ein Dorn im Auge. Aber da werden wir jetzt nicht groß aktiv werden. Wir werden jetzt nicht versuchen, diesen Bürgermeister hier zu stürzen. Aber es ergibt sich natürlich für uns so ein gewisses Bild. Herzogin Ulrike ist jetzt nicht ungläubig. Aber verschiedene Träger der Macht, wie hier dieser Bürgermeister oder ihre Mutter und Regentin, die sind scheinbar hier alle ungläubig. Das Zeichen einer schwachen Seele. Und das macht uns natürlich immer und immer skeptischer, was die Situation hier anbelangt. Vor allem als religiöser Eiferer. Okay. So, jetzt haben wir einen weiteren Vorzug, den wir hier auswählen können. Und ich denke, wir machen hier einfach mal weiter. In diesem Bereich. Gut gemachte Arbeit. Feinziges Komplottchance. Okay. Plus 25%. Oder hier der Entführer. Wir machen einfach das. Und dann machen wir hier einfach weiter. Auch wenn wir das hier aktuell noch nicht groß einsetzen. Wie sieht es denn jetzt aus hier noch mit der Fraktion? Ich gucke ja immer wieder rein. Ist hier aber schon wieder stärker geworden. Wer ist denn hier so erstarkt? Sie ist immer noch hier knapp unter 400 Mann. Er auch noch da drunter. Ja, wirklich viele Mannen können wir hier nicht aufbieten. Wir haben immer stärker den Verdacht, dass unsere Cousine eine Ungläubige ist. Und Ungläubige, die sind zu jeder Schandtat bereit. Zumindest in unseren Augen. So. Aber die letzte Bestätigung, die fehlt halt noch. Und selbst wenn sich das jetzt herausstellen sollte. Unsere Position ist nicht eine Position der Stärke. Aber wir könnten natürlich hier unsere Truppen weiter ausbauen. Unter Umständen. Und dann ist natürlich auch die Frage, was wir da machen. Weil Burgau jetzt zu erobern. Burgau ist ja Teil dieser Fraktion gegen unsere Lehnsherren. Also die Machtteilung von Herzogin Ulrike und Regelinde ist vorbei. Okay. So, bei meiner Tätigkeit am Hof von Herzogin Ulrike konnte ich wieder keine Geheimnisse entdecken. Okay. Also hier dasselbe mit Höfling Jutta. Und wir werden hier einfach dasselbe machen wie beim vorigen Mal. Und einfach weiter forschen. Ein angehender Unruhestifter. Ich rechne mittlerweile zwar schon damit, dass meine Tochter und Erbin Clara viel Schabernack treibt. Doch ihr Einfallsreichtum hält mich dennoch auf Trab. Wenn es gerade mal kein Streich ist, ist es eine Prügelei. Ein verärgerter Tutor oder ein aufgeschlagenes Knie nach einem ausgeuferten Abenteuer. Ach Mensch. Kleine Raufbollen haben wir hier. Da wird einem nie langweilig. Was gibt das hier nochmal? Kriegsführung plus eins und Ränkespiel plus eins als Eigenschaft. Aber ist natürlich eine Kindheitseigenschaft. Die wird sie so erstmal nicht behalten. Das heißt, da wird sich noch einiges ergeben. Ich denke, das können wir hier auch komplett mal wegklicken. Ist nur ein bisschen komisch, dass das hier dann immer die ganze Zeit auch so aufleuchtet. Die Frage ist, ob wir mit unserem Gold in der Zwischenzeit noch etwas anstellen. Und ich würde sagen, wir sind recht vorsichtig erstmal mit unseren Ausgaben. Eben wegen dieses Verdachts hier. Und weil wir auch noch ein bisschen Bedenken haben, dass eventuell hier die Gräfin Dorothea ihren Anspruch durchsetzen möchte. Über die Jahre hinweg habe ich zahlreiche großartige Portraits verschiedener Edelfrauen aus diesem und anderen Ländern erhalten. Bisher sammelten die meisten jedoch nur Staub auf dem Dachboden. Vielleicht sollte ich sie runterholen und mir meine nächste romantische Errungenschaft auswählen. Wie bitte eine neue Flamme? Wir würden uns diese Bilder betrachten und dann schauen, wen wir dann kontaktieren oder was? Ich könnte mir jemand Neues sehr gut vorstellen oder sie sind für meinen Geschmack zu protzig. Ihr erhaltet fünf Jahre lang wählerisch bei der Partnersuche. Was bedeutet das? Dieser Charakter ist berüchtigt dafür, wie wählerisch er bei der Entscheidung ist, mit wem er sich auf eine Beziehung einlassen will. Anziehungsmeinung geht hoch. Ist natürlich so eine Sache. Ja, die Heiligkeit der Ehe. Religiöser Eifer. Aber wo ist hier der weitere Nachwuchs? Der lässt doch hier ziemlich auf sich warten. Ich meine, unsere Tochter ist jetzt mittlerweile schon drei. Und da kann es schon sein, dass er sich diesbezüglich ein bisschen Gedanken macht. Gar nicht aus der Lust, sondern mehr aus der Pflicht heraus. Ja, und da würde ich sagen, schauen wir uns doch erstmal die Porträts an. So ein gewisses Bedürfnis scheint ja da zu sein. Machen wir das mal. So. Ah, die empfindsame Gräfin Marvenna von Konstantin. Oh. Hübsche junge Frau, 17 Jahre alt. Ob wir wohl ein gutes Paar abgeben würden? Schauen wir doch mal. Oh, auch eine religiöse Eiferin. Ebenfalls hinterlistig, aber aktuell auch schon schwanger. Aber vielleicht auch ein Zeichen von hoher Fruchtbarkeit. Hat vielleicht gesehen, wie schnell sie hier schon schwanger geworden ist. Das wird doch bei uns auch klappen können. Wo befindet sie sich überhaupt? Oh, hier in Nordafrika. Teil Akitaniens übrigens. Ja. Ich meine. Die Geschichten von ihr müssen ja sich wirklich herumgesprochen haben. Können wir jetzt sagen, das gefällt mir sehr gut. Kommt auf den oberen Stapel. Oder gefällt mir gut, kommt auf den rechten Stapel. Wir können uns später entscheiden. Oder wird meine aktuelle Favoritin und genießt so besondere Aufmerksamkeit? Nein, das ist hoffnungslos. Gefällt mir gut. Ich möchte erstmal sehen, wie das hier weitergeht. Kommt auf den rechten Stapel. So, wen haben wir denn hier noch? Herzogin Arina von Butschak. Das ist die Ratskanzlerin von König Jordanka. Moment mal. Kommt sie denn her? Verlachisch-Orthodox. Nee, das sagt uns nicht so klumpfüßig auch noch. Nein. Kommt auf den linken Stapel. Und, wen haben wir hier noch? Vielen Berichten zufolge ist Gräfin Maidala von Burgos. Ein wahrer Augenschmaus. Ob das Porträt ihr wohl gerecht wird? Schauen wir doch mal, wer das hier ist. Ein wahrer Augenschmaus. Geht als wunderschön. Aber auch wahnsinnig. Oh, was für eine Kombination. Außerdem ist sie arrogant, tapfer und gerecht. Andalusisch-Mozarabisch. Ist halt fehlgeleitet. Ist ja auch ein organisierter christlicher Glaube. Aber nee, kommt auch auf den linken Stapel, hätte ich gesagt. Auch wenn sie so wunderschön ist. Oh, was ist denn mit der hier los? Die ist schon vernarbt und flaggeland. Ah, wie doll stößt uns sowas ab. Ich denke schon. Zumal wir ja eigentlich schon eine ganz gute Kandidatin auf unserem Stapel haben. Auf dem rechten. Nein. Kommt auf den linken Stapel. Ich meine, wie viele Gemälde haben wir denn da oben? Ah, die wohlmeinende Königin Helena von Böhmen. Die Königin. Was ist das denn hier? Umstrittene Abstammung. Gilt als zufrieden, mitfühlend und gierig. Könnten wir sagen, gefällt mir gut. Kommt vielleicht doch auf den rechten Stapel. Ich meine, kann schon sein, dass sie uns zusagt. Ja, also wenn wir hier schon einen Stapel machen, dann kommt sie zumindest mal hier auf den rechten Stapel. Wer ist das noch? An der Rückseite des Porträts ist ein Brief angebracht. In ihm beschreibt Gräfin Mafalda von Montagy sich als spontanen Geist, der sich nach Abenteuern sehnt. Ah, der ist so ein bisschen übergewichtig. Auch eine religiöse Eiferin. Gilt als Ehebrecherin. Ah, ich weiß ja nicht. Finden wir wahrscheinlich nicht so gut. Was hat die hier denn für ein enormes Kampfgeschick? Nein, der Anker kommt auf den linken Stapel. Vor der muss man ja richtig Angst haben. So, und jetzt auf ihrem Porträt posiert Rada, Tochter von Graf Marco von Sumadija, einem posierlichen kleinen Hund. Gilt als unszüchtig, orthodox-bulgarisch. Nein, kommt auf den linken Stapel. Das geht hier weiter und weiter. Gräfin Katalin, Gemahlin von Graf Bohu von Spi. Schauen wir sie mal an. Auch eine religiöse Eiferin. Wo stammt sie her? Ja, aber gehört auch so einer fremden, zum fremden Glauben und fremder Kultur an. Kommt auf den linken Stapel. So, und Gräfin Paola, Gemahlin von Graf Adabea von Modena. Schauen wir mal, wo das hier ist. Kommt aus dem Bereich. So, 28 Jahre alt. Gilt als tapfer, treuherzig und zynisch. Katholisch, sisalpinisch. Okay, kommt mal auf den rechten Stapel, hätte ich gesagt. So, und jetzt haben wir ja drei Kandidatinnen. Und da können wir uns jetzt hier so ein bisschen entscheiden. Entweder Gräfin Paola oder Königin Helena vom König von Böhmen oder Gräfin Marvena. Ja, und ich würde sagen, wir fühlen uns hier am meisten zu ihr hingezogen. Sie ist auch noch recht jung. Und ich weiß nicht, wenn wir jetzt hier sagen würden, ich habe nur Augen für die galante Paola und einer intimen Beziehung mit euch näher. Ich weiß nicht. Mit der Königin von Böhmen. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass wir da eine Beziehung irgendwie aufbauen. Vielleicht ist sie hier irgendwie in Bayern zu Besuch oder sowas in der Art. Andererseits ist sie schon sehr abseits. Und die Königin ist hier wesentlich näher dran. Und ist ja auch recht jung. Königin Helena. Ja, die dürften wahrscheinlich auch noch gar nicht so lange zusammen sein. Vielleicht haben wir einfach davon gehört. Haben dann dieses Porträt gefunden. Und dann fühlen wir uns so ein bisschen zu ihr hingezogen. Kann schon sein. Ich finde das geografisch einfach ein bisschen passender. Und dann würden wir jetzt einfach mal sagen, oder allesamt haben sie meine Gedichte verdient, könnten wir ja sogar sagen. Wir können uns gar nicht hier für nur eine so richtig entscheiden. Ich werde an derlei Menschen nicht meine Zeit vergeuden. Oder allesamt. Oder nur Paola. Hätte ich mal geschaut. Warte, ich dachte, ich kann mich jetzt hier wirklich für eine entscheiden. Was würde hier passieren? Jeder, dessen Porträt ich behalten habe, nähert sich einer intimen Beziehung an. Moment. Jedem hier? Okay. Ich meine, alle finden wir irgendwie gut. Und dann schauen wir mal, was sich hier gibt, oder? Warum nicht? Ja. Man darf gespannt sein. Und jetzt wurde hier noch ein Geheimnis offenbart. Da schauen wir uns auch noch schnell mal an. Ihr erfüllt vom Geheimnis von Bonnard de la Tour du Pain. Sie ist ungläubig. Und Hofärztin von Herzogin Ulrike. Wieder eine Ungläubige hier. Das gibt es doch nicht. Aber auch hier werden wir, denke ich, versuchen, sie zu erpressen. Um ein starkes Druckmittel zu erhalten. Das machen wir auch. Dann haben wir hier schon zwei sehr wichtige Mitglieder am Hof von unserer Lehnsherren. Ja. Und jetzt bekommen wir hier auch schon die Nachricht von den verehrten Damen hier. An den bescheidenen Graf Gundbert. Eure Abstammung ist wie Balsam für meine wundene Seele. Es wäre ein Segen für mich, euch in meiner Nähe zu haben, damit ich endlich erfahre, ob euer Kampfgeschick die Schlacht für sich entscheiden kann. Geliebter Gundbert. Was passiert hier? Haben wir jetzt hier irgendwie drei Affären oder was ist hier los? Moment, wir schauen nochmal in Beziehungen. Ne, ist hier zumindest noch nicht aufgelistet. Aber wer weiß. So, jetzt müssen wir mal hier pausieren. Und hier geht es noch weiter. An den bescheidenen Graf Gundbert. Eure vollen Lippen sind wie die Flügel, mit denen ich zum Himmel aufsteige. Ich wünsche mir nur, an eurer Seite zu sein, damit ich endlich erfahren kann, wie mich das göttliche Selbst berührt. Wie sehr ich mich nach euch sehne. Und dann bekommen wir noch eine Rückmeldung. Nämlich von der Königin. Jetzt bin ich mal gespannt. Euer ovales Gesicht ist, was meinem Leben Bedeutung schenkt. Mein Herz sehnt sich danach, von eurer Liebe umfangen zu werden, damit ich endlich erfahre, ob euer Kampfgeschick die Schlacht für sich entscheiden kann. Wir beide sind es, die wir gemeinsam die Sonne über den Himmel ziehen lassen. Ähm, sie ist jetzt in einer Intimbeziehung. Die sind alle in einer Intimbeziehung mit uns. Das gibt es doch nicht. Wie kann denn das jetzt hier passiert sein? Na gut, ich lasse das jetzt hier mal so im Raum stehen. Ich bin gespannt, was hier die Zeit mit sich bringt. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.